Musik Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen hier zur Andacht aus der Sonnenhalde. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute seid ihr wieder vor dem Bildschirm und ich grüße alle vom Wohnbereich 1. Winkt doch mal kurz zurück. Hallo, schön, dass ihr mitmacht und auch der Wohnbereich 2, vielleicht winkt ihr auch mal. Und natürlich die Dreier, will ich nicht vergessen. Habe ich jemanden vergessen? Vielleicht euch, die ihr auf YouTube zuschaut und im Krankenhaus, da übertragen wir ja auch. Schön, dass wir diese Andacht miteinander feiern können, dass wir Gott einladen können und dass wir gemeinsam diese Zeit verbringen. Wir feiern diese Andacht, dieser Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen hören als erstes Lied, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Lobet den Herrn. Lobet den Herrn, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Lobet den Herrn, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Lobet den Herrn, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Lobet den Herrn, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Lobet den Herrn, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Lobet den Herrn, Lobet den Herrn und singt auch mit, vielleicht vom Herzen her. Das macht's, dass wir in seinem Schoß gesessen, auf Gottes Schoß. Da dürfen wir uns niederlassen, da geht es uns gut. Lasst uns gemeinsam beten, diesem Psalm vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Wir beten, großer Gott, wir dürfen Platz nehmen an deiner Seite, Platz nehmen sogar auf deinem Schoß. Hab du Dank für all das Gute, das du uns schenkst. Du siehst auch die Schreckensnachrichten aus der Nähe, aus der Ferne. Wir wollen dich bitten darum, dass du unser Herz behütest, dass du uns getrost hältst bei dir. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Du bist da, das genügt. Hab Dank dafür. Amen. Wir wollen miteinander singen und ich lade sie ein, auswendig zu singen. Jesu, geh voran. Jesu, geh voran. Jesu, geh voran. Auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen. Und auch in den schwersten Tagen niemals überlasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Wir wollen uns aufmachen und etwas anschauen und zwar haben wir ein Bild dabei, ein Bild von dem Sieger Köder. Und dieses Bild, es berichtet und bemalt und zeigt uns eine Mahlgemeinschaft, eine ganz besondere Mahlgemeinschaft. Lass uns mal hineingehen in dieses Bild, in diese Betrachtung. Südlich von Rom befindet sich in einem Landhaus in San Pastore dieses Bild von Sieger Köder. Dieses Landhaus gehört zum Germanikum, dem Studienkolleg der deutschsprachigen römischen Theologiestudenten. Das Bild hängt im Speisesaal, wo die Studenten der Theologie, die Priester, sich zu den Mahlzeiten versammeln. Es ist eine Abendmahlsdarstellung der ganz besonderen Art. Um den Tisch des Passamales sitzen nicht die zwölf Gefährten von Jesus in vertrauter Runde, sondern sieben Personen ganz bunt zusammengewürfelt, die uns zunächst fremd erscheinen. Drei Frauen und vier Männer. Nach Jesus, ihrem Herrn, suchen wir hier vergeblich. Der Mahler sieht ihn dort gegenwärtig, wo wir, die Betrachter, uns befinden. Die Blicke der Tischgenossen sind auf ihn gerichtet, schauen diesen Jesus an und dadurch schauen sie auch uns an. Die Linke lädt ein oder weist auf den Becher, die Rechte hält das Brot. Es blüht auf dem Tisch etwas Zartes, Kostbares auf, ausgedrückt im Bild der Rose. Das Bild meditiert ein Kernstück der biblischen Botschaft. Die Gemeinschaft Jesu mit den Sündern, mit den Außenseitern der menschlichen Gesellschaft. Allerdings, das Bild von Sieger Köder rückt diese Tischgemeinschaft aus dem Eins ins Heute, aus dem Damals ins Jetzt hinein. In die lebendige Gegenwart, das Bild befindet sich ja dort im Speisesaal von San Pastore und oben rechts wird der kleine, auf Felsen gebaute Nachbarort Gallicano sichtbar gezeigt. Wer wäre es heute, mit dem Jesus Mahl halten würde? Gibt es eine solche Tischrunde wirklich irgendwo, die uns hier gezeigt wird? Sieger Köder wählt eine Gruppe von Menschen, wie sie wohl kaum jemals wieder zusammensitzen wird, weder in der Bannmeile von Rom noch an einem anderen Ort. Aber all jenen Menschen gemeinsam ist die Suche nach dem lebendigen Du. Sie erwarten eine Antwort auf die Frage nach dem Heil und nach dem menschlichen Glück. In diese Gesichter hinein ist die Sehnsucht geschrieben nach einem, der sie frei macht, aus innerer und äußerer Verstrickung. Der sie durch das Angebot seiner Liebe hoffen lässt über die Mühsal ihrer Tage hinaus. Wer sind die Gefährten? Jesu heute. Folgen wir der Runde von rechts nach links. Da ist ganz rechts der Afrikaner. Der Afrikaner, einer aus der dritten Welt, mit verbundenem, arm und blutbeflecktem Kittel. Verwundet im Kampf um das Lebensrecht seines Stammes. Vielleicht handgreiflich geworden für die Anerkennung seiner Hautfarbe. Ein Habenichts, ein Überflüssiger, den keiner braucht. Er ist das Gesicht aus dem Ghettos der Schwarzen geschunden und gequält. Da ist eine vornehme Dame aus besseren Kreisen, standes- und traditionsbewusst. Eigentlich will sie ja mit diesem Gesindel gar nichts zu tun haben, nur nicht die Hände schmutzig machen. Und weiter ein Intellektueller, mit Brille und Bart, möglicherweise ein Student, vielleicht ein Linker. Jedenfalls einer, der in Frage stellt, ein Zweifler und deshalb zum Ärgernis geworden ist. Dann kommt ein Clown, ein Harlekin daher, hinter der Maske verborgen Traurigkeit, Sehnsucht. Ein Mensch, der im Spiel der Ironie Alltag und Realität erträglich macht. Zwischen Lachen und Weinen ein Spiegel unseres Lebens. Hier ist dann so dann eine alte, eine blinde Frau mit verhärmten Gesicht, von Armut und Trauer gezeichnet, von schwarzem Tuch umhüllt, die Hände auf dem Tisch übereinander gelegt, vornüber gebeugt, lauschend, weil sie den Gastgeber nicht sieht, weggeholt vom Battlejob an irgendeinem vielbesuchtem Heiligtum. Nehmt ihr die Dirne, eine von den tausenden registrierten oder illegalen Frauen des ambulanten Gewerbes, die die Via Appia säumen und auch die Straßen auf dem Weg nach San Pastore. Für sie ist Liebe käuflich und auch verkäuflich. Ihr Körper ist ihr Kapital, ihr Geschäft. Ihr Leben ist ohne Heimat, ohne einen Ort, wo sie hingehört. Dann ganz links der jüdische Rabbi. Sein Gebetsschall zeigt seine Treue zum Gesetz, das Gott gegeben hat, dem er sich ausliefert, auch in tiefster Not, in Verfolgung und Hass am Rande der Verrichtung, immer noch wartend auf den Messias, den Retter der Welt, der dem Gesetzestreuen Gerechtigkeit verschafft. Sein Gesicht erinnert an die Gesichter, die man von den schrecklichen Bildern aus den Konzentrationslagern her kennt. Eine feine Gesellschaft also. Der Tischherr kann mit diesen Gästen ja keinen Start machen. Eine seltsame Gesellschaft. Mit leeren Gesichtern, mit leeren Augen. Augen, die durstig sind. Durstig sind nach einem Menschen, der ihnen Vertrauen schenkt, der sie annimmt, wie sie sind, der nicht fragt, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was taugt ihr denn? Augen, die fragen, was weißt du über uns? Unsere Not, unsere Verzweiflung, unsere Angst, unsere Einsamkeit. Kennst du unsere ausgebrannten Herzen? Augen, die eine Antwort finden in dem, der sich mit ihnen an einen Tisch schätzt, mit dem, der nicht nur von Liebe redet, sondern diese Liebe auch lebt und Ansehen gibt, den Unansehnlichen. Wo wäre denn auf diesem Bild mein eigener Platz? Wo wäre auf diesem Bild für mich ein Platz? Wo fühle ich mich hingezogen? Kann ich mich ein Stück weit identifizieren mit der jeweiligen Angst und der jeweiligen Not dieser Menschen? Kann ich mich angerührt fühlen von ihren Leiden und Leidenschaften, weil es die meinen sind, die sich hier siebenfach entfalten auf diesem Gemälde. Haben wir schon genug von diesem Bild? Denken wir, es handelt sich ja doch von Leuten nicht meines Schlages. Wollen wir uns lieber nicht in bessere Gesellschaft Jesus zuwenden? Aber wenn wir so denken, wenn wir so gesinnt sind, werden wir den Herrn vergeblich suchen. Als Arzt finden wir ihn bei den Kranken, finden wir ihn nicht bei den Gesunden. Als Heiland finden wir ihn bei den Sündern, nicht bei den Gerechten. Solange nicht auch ich mit mich zu meinen Mängeln, zu meinen Schwächen, zu meinem Elend bekenne, solange ich meine Bedürftigkeit, meine Armut nicht wahrnehme und mich damit zu jenen Gästen auf dem Bild bekenne, habe ich keine Chance, am Tisch Jesu zu sitzen. Auch ich, ich muss mich bedürftig zeigen, muss ehrlich sein, muss sagen und rufen, Herr Jesus, hilf du mir, ich brauche dich. Der letzte Platz, der Maler geht noch einen Schritt weiter. Wie wäre es denn, wenn wir den achten Platz einnehmen würden, den Platz dessen, auf den alle Blicke gerichtet sind, dann wären wir der Gastgeber und hätten jene Sonderlinge, jene Unbequemen, die Herausforderer und Ärgernisse an unsere Tische geholt, um ihnen das mitzuteilen, was Jesus ihnen gab und wofür auch die Rose auf dem Tisch steht. Verständnis und Vergebung, angenommen sein und Vertrauen, beachtet sein und Würde. Der letzte Platz beim Mal ist eine Herausforderung. Wenn ich als Christi Bruder, als Christi Schwester mitten unter Brüdern und Schwestern sitze, dann kann ich nicht wohltätig den feudalen Bewirter spielen, gönnerisch von oben herab. Es genügt auch nicht, dass ich Kultvorsteher einer Zeremonie bin, sondern es kommt darauf an, dass ich Anteil habe und teilnehmen will, nicht nur an Brot und Wein, sondern auch am Schicksal der anderen, an ihrer Verzweiflung, ihren Sorgen, ihrem Leid, an ihrem Anspruch auf Versöhnung und Aufschutz. Anteil nehmen und teilhaben können es aber nur dann möglich, wenn wir immer wieder auch die Grenzen durchbrechen, die Barrieren, die uns voneinander trennen. So lasst uns diese kleine Rose nochmal anschauen. Diese kleine Rose in einem der Glaskrüge, wie sie zu Essenszeit, in Italien mit Wein gefüllt werden. Die Rose steht zwischen dem Herrn und dem Clown, wie eine zarte Verständigung zwischen den beiden, die an der Liebe zum Menschen leiden. Im linken Teil des Bildes, hinten, hinter der Tischgemeinschaft, erhebt sich die Saalwand. Sieger Köder hat sie mit einem Fresko ausgestattet. Es ist das Motiv des barmherzigen Vaters und des verlorenen Sohnes. Der Vater umarmt den Heimgekehrten, der sich an seine Brust wirft. In der Umarmung erfährt er Versöhnung und erlösende Befreiung aus aller Not. Daneben aber, abgewendet von der Szene der Heimkehr, sitzt der gerechte, getreue Sohn, der Bruder ohne Dreck am Stecken, ohne Fehl und Tadel, gefangen in seinem Trotz, in der Rebellion, in der Auflehnung. In dieser Gestalt findet das Bild seinen negativen Pol, der in sich selbst gefangene Mensch, der in sich selbst gefangene Mensch, der weder Versöhnung braucht, noch Versöhnung zulassen will. Gleich zu übersehen auf dem Bild, aber dennoch da, der Stein des Anstoßes, auf der Türschwelle, vom Maler bewusst dargestellt, denn sein Bild will ein Stein des Anstoßes sein. Anstoß, Empörung, Ärgernis, Skandal, das war Jesu Malgemeinschaft mit den Sündern und das war für die Frommen ein großer Anstoß. Das darf nicht sein, das geht zu weit, das war noch nie so, wo kommen wir denn da hin, da ist etwas gegen die Regel passiert. Das ist gegen unsere Gewohnheit. Anstoß, Ärgernis, Skandal, Jesus, er ist derjenige, der Verbindung schafft zwischen den Menschen an diesem Tisch. Jesus, er zeigt, er zeigt, es gibt einen neuen Weg, neue Wege der Versöhnung, der Verständigung, des Miteinanders, neue Wege sind möglich. Anstoß zum Neuanfang, Anstoß zum Umdenken. Nicht mehr man handelt so, man ist so, sondern ich bin gefragt, wie gehst du mit deinem Bruder, wie gehst du mit deiner Schwester um? Welche Maßstab gilt? Ordnung, Sitte, Anstand oder Leben, Zeichen, Liebe, Freundlichkeit? Der Stein des Anstoßes liegt auf der Türschwelle, auf dem Weg. Wer hinein will, kommt nicht daran vorbei. Wer hinaus will, kommt nicht daran vorbei. Stein des Anstoßes, auch auf meinem Weg. Wie feiern wir Christen diese Liebe Gottes? Jesus, er liebt uns von ganzem Herzen. Er liebt uns und er, er sagt zu uns, komm mit, feier du mit, so wie du bist, du bist herzlich eingeladen. Ich will mein Leben mit dir teilen, teile du auch dein Leben mit mir. Amen. Wir wollen nun wieder aus dem Herzen heraus das nächste Lied singen. Es heißt, weißt du, wie viel Sternlein stehen? Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Weißt du, wie viel Sternlein stehen? An dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen? Weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, das ihm auch nicht eines fehlt? An der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Kinder frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf. Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. Und so wollen wir beten, miteinander ins Gebet gehen. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du da bist. Du siehst, was uns beschwert, Kummer bereitet. Hab Dank für alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Sonnenhalde, für alle, die ihren Dienst tun. Hab Dank für alle Angehörigen. Wir bitten dich um deinen Schutz. Wir bitten dich, dass du uns Freude schenkst, dass du jeden Tag uns nahe bist. Hab Dank, du lässt uns nicht alleine. Und so beten wir miteinander, anders, so wie du uns Jesus Christus gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch eine Strophe singen von dem Lied Meine Zeit steht in deinen Händen und danach kommt der Segen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. So will ich mich ganz herzlich bedanken bei euch, bei ihnen, dass sie eingeschaltet haben, mit dabei waren bei dieser Andacht. Wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr las sein Angesicht leuchte mit dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Herr schenke 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 schenke